Ja, äh, also, äh, hi oder hallo oder so, ähm, lieber Danielin, äh, wo bleibst du denn? Komm uns doch endlich mal besuchen im Hotel Transsilvanien. Ja, da gibt es Wehrwolfsuppe, Spinnenbeinrago, Käferpralinchen, Mummienstaubkuchen und so weiter und so fort. Ja, ja. Viel Spaß mit dem Trailer. Wir hören uns ab dem 15. Oktober im Kino. Ja, würd ich sagen. Oder? Ja. Na also. Seit Jahrhunderten haben Monster und Menschen in getrennten Welten gelebt. Bis ein Ort. Was ist das für ein Essen, das beißt ja. Das ist unser Menü mit Biss. Ja. Alles veränderte. Entschuldigung. Zieh den Schläger im Treffmoment nach oben. Das gibt einen netten Topspin. Hurra, mein Enkelsohn. Die Blutlinie der Draculas ist gesichert. Bist du sicher, er ist ein Vampir? Guck dir die Haare an, er könnte ein Mensch sein. Nur über meine Leiche. Ah! Danke, dass du auf Dennis aufpasst, während wir im Urlaub sind. Weißt du noch, wie Video-Chatten geht? Ja, ja. Mit dem Handy und den Knöpfen in der Trägerei. Und jetzt müssen wir dem Kleinen beibringen, wie man ein Monster wird. Blob, da ist kein Platz. Tut mir leid, Mann. Schlag dir das aus dem Kopf. Frank zeigt uns jetzt mal, wie er Menschen erschreckt. Frankenstein, du bist der Hammer. Dürfen wir ein Foto machen? Ja, dann. Eine kleine Selfie-Nummer. Echt jetzt. Blobby, geht's dir gut da draußen? Ihm geht's gut. Er ist Blobby. Weißt du, wer den Kleinen hinkriegen würde? Blatt! Bitte töte mich nicht! Sprechendes Klopapier. Ist ja ganz was Neues. Sind wir endlich alle so weit? Wer ist bereit zu fliegen? Wie ein Vampir! Ich, ich. Ach, ich kann das nicht mit ansehen. Und, los geht's! Ähm, er fliegt nicht. Er wird. Das ist ein hoher Twom. Das ist ja das Gute. Wisst ihr was? Er fliegt auch nicht. Nochmal, nochmal! Tut mir leid, Blobby. Wir wollten dich wirklich früher rufen. Okay, Jungs. Plan B. Ich spring auf. Gib Gas! Ist das euer Ernst?